Fotos, Videos, Musik. Immer bereit. Schnell und einfach verfügbar. Hier, dort, überall. Auf jedem Gerät. Egal wo, egal wann, egal wie. Geht nicht? Doch. Daten, die auf einer RediNAS 212 oder 214 liegen, lassen sich mit einer Media-Server-App wie zum Beispiel Plex überall im Netzwerk streamen. Plex ist auf der RediNAS verfügbar, blitzschnell eingerichtet und absolut intuitiv. Daten müssen einfach nur auf die RediNAS kopiert werden. In Plex lässt sich dann die Mediathek aktualisieren und schon sind Fotos, Videos und Musik überall im Netzwerk verfügbar. Das Ganze funktioniert selbstverständlich in Full HD 1080p. Die RediNAS ist von Plex zertifiziert. Das ermöglicht es sogar, Full HD direkt auf Endgeräte zu streamen, die über eine geringere Auflösung von 480p verfügen, wie zum Beispiel Smartphones. Der leistungsstarke Prozessor sorgt dafür, dass alles gleichzeitig verarbeitet werden kann. So können Filme zum Beispiel auf unterschiedlichen Geräten parallel geschaut werden. Angeschlossen an einen Hochleistungsrouter ist alles über das Netzwerkkabel und WLAN verfügbar. Und das Beste? Plex gibt es für fast jedes System. So lassen sich Videos, Musik und Fotos im gesamten Netzwerk schnell und einfach ohne Einschränkungen genießen. Immer und überall. Musik